Willkommen bei The Forest mit der Axt im Walde. Ja, das ist richtig. Wir haben noch nicht die Version 0.27 von The Forest, aber ich möchte euch heute etwas zeigen, das mir per Zufall im Vegan-Mode ...Vegan-Vegan, wie auch immer man das nennen möchte, aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen eine Gänsehaut habe oder einfach nur verwehrt bin, was hier eigentlich los ist. Ich bin mir definitiv zu 101% sicher, dass das irgendwo in naher Zukunft ein Teil des Story-Elements sein wird. Das ist mir aufgefallen, eben im Vegan-Mode. Ich schalte auch mal um. The Forest in the Open World Adventure. Und wir haben hier keine Gegner drin. Ich mache hier einfach mal wortlos und zeige euch das vor. Und ich sage mal, ja, ihr seht das. Vier Tage, Tage, 16 Stunden und so weiter. Blau-Fasel-Gedöns. Es ist noch ein bisschen hin, aber weniger als eine Woche und wir hören uns dann und sehen uns vor allem dann wieder. Auf Wiedersehen. Willkommen in den nächsten Wochen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020